ich war bereit für solche stunden die stiche so komisch drin dass ich mein bildschirm ich sehe so zwanglos und firma für chaos ja wie ich will jetzt immer auch so auf geht's aber vielleicht so quasi wie der zimmer auch ich bin hier noch schön von der nase weg naja wird den schönen doch da habe ich dass ich den eigentlich drüber nach vorne spielen wollte so hat er vorne damit scheiße das sind alle gut aufgepasst doch jetzt werde ich in den ball geschoben ja ich war das jetzt baby mich jetzt in den ball gerammt ich war diesmal unschuldig ich wollte eigentlich den ball treffen da passiert alles gut ja das wisst ihr wisst ihr wisst ihr mal lief da haben auch gegen 420 geführt trotzdem noch verloren mit einer weise also wenn man da vorne bist du zu spielen ich will markus schade wollte ich gerade aber ich habe es gesehen ich war eigentlich schon mit dem position wurde gerade position gehen alter der kommt noch der kommt zurück zum tor ich wollte da gerade weg spielen da kam er dann an und hatten weggeballert ja ich auch um oben obwohl ich ein bisschen schubse ich ich muss leider mal wieder ein neuer ding holen du bist du sorry alter kam er mit ich bin hier denn also die schubs aber nicht schlimm ich wusste nicht dass ich neuerdings gut nicht so ging es mir das letzte mal baby kam jetzt was die riesen chance das ding vorne zu machen und kriegst dann und haus das ding das ist aber nur die ja das wird auch wieder veteran ich glaube wir haben das letzte mal beim auftakt auch 10 0 oder so verloren danach haben wir es eigentlich gut viel gebraucht ich bin auch weg gerammt worden ich wollte gerade ansetzen ja sagt ihr passt auf ich würde ich noch mal einbringen ab damit nach vorne ich probiere mal schade ja ja das ist ja gar nicht dann bleibe ich wohl wieder hinten wenn ihr alle immer nach vorn kommt das ist ja schon wie du magst wenn du das dafür nicht berufen ist es aber auch wenn ich kein problem für mich zu haben vorgängern für die bühne haltung die scheiße man ach was voller nehmen ich hab noch mal noch mal nicht nein du musst nicht auf passt dir auf oh sorry markus sorry 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 alles gut ich wollte dir nicht wegschwitzeln ich hab dich zu spät gesehen nee nee ich wollte da nur wegspielen bevor die anderen den kriegen nee ich dachte du bist du hast bereit gegangen äh wir bist in Position gegangen in dem Moment und ich hab dir ein bisschen weggespielt Mann ich weiß es mal im freitag habe ich einen neuen controller Mann der passt auf der sagt der hätte echt noch mal gut aufgepasst schade kaum egal erstes spiel was soll mir kommt zurück das heißt äh da hat er mich doch mal erwischt der typ ich wollte die hatte ich keine tor gehabt und ich werde schon durch gewesen oh Leute nicht locken das ist egal schade ich bring ihn nochmal in die Mitte aber der geht wahrscheinlich nicht hin eigentlich ja eigentlich aber ich chill ja alles es so das ich ihm bin nicht tragisch wir noch meine er wird aber das hat mit mir gehen weil ich habe jetzt können es noch mal gegen die auf dieser kaufensatz klar dann dürfte nicht drücken ja das habe ich gesehen dass die auch da irgendwie mit der du darfst einfach gar nicht drücken einfach warten bis die zeit unter auf geht's so firma für chaos auf schön aufgepasst ein nehme ich mir noch mit den ball wäre wichtig mitzunehmen ja den habe ich aber nicht, weil der noch da im weg stand, aber zumindest den tippen habe ich noch mitgenommen ach mein gott, hör auf zu müssen man, das gibt es doch nicht schade was ist das nicht wahr? ich konnte nichts mehr machen ich bin da voll vorbeigeflogen, sorry Markus, das war meine da habe ich dich erwischt ja und da bin ich noch 20.000 mal da gerammt den hätte der mir, den hätte der nicht mal anschauen müssen sonst hätte ich ihn rausgehauen what the fuck ja, hört auf mit deinem scheiß sorry kann man das ausblenden da oben? keine Ahnung ganz normalerweise krass ich bringe dir mit, da ist einer von euch Mist ich hätte nur einer reindrücken müssen ja, da war noch einer dazwischen Kev ich bringe ihn mal wieder zurück Entschuldigung oh Leute guck doch mal ja, ja, ich bin das gewesen Scheiße Gewicht oh nein, da wo bei vorbei alles gut, es ist nichts passiert ja, ja, schön schön gemacht, was wir dabei ich muss erstmal auch erzählen, wo der kommt, wieder kommt deswegen bin ich dann auch weggegangen, weil ich nicht im Weg stehen wollte ja, passt, alles gut perfekt komm das Ding rocken wir noch irgendwie hab aufgefasst scheiße, warum fahre ich wieder runter den dritter vorne durchbringen können ich kann nichts machen das ist ja der Markus dabei nein ah Mist da war noch einer da ich kann nicht reagieren ja, und den Buch mit Boost mit Boost wäre es vielleicht mehr drin gewesen bis ja, den hat er aber gut gemacht hat er gut, glaube ich, ausgespielt ich habe hier dann nochmal einen aussteigen lassen von uns, ja ach, gehen wir den auf den Sack mit einem Scheiß, sorry ja, komm, alles gut ja, komm, alles gut du haust ihn rein, ich treche ihn an ja, du bist ein bisschen darunter durchgeflogen ich habe dann etwas ja, ich habe ihn aber so ein bisschen angedrückt alles gut hast was du denn gemacht hättest komm zwei, drei nur noch das darf er nicht verlieren naja, Pfotzen, schade naja, Quatsch, ich habe fast er hat aufgepasst ich habe den ja, okay, den bringst du noch irgendwie mit rein nein, wieder vorbei nein, drunter durchgefahren Mist ich bring ihn wieder zurück zum Tor alter, nein da wurde er mir weggespielt da wurde er mir weggespielt ja, ja ich habe noch einen mitgenommen von dem den Gruppen zurückstoßt oder was wo ich glaube der könnte gehen, oder? schade stehen zu dritter hinten noch schön schön auch mal kurz kommt heute ein tor noch ich könnte reagieren das war nicht dabei ich dachte ich wollte den booster hinter dir war wer hat sie noch blockiert alter das war jetzt mehr glück als verstand den da noch reinzukriegen das spiel war ein bisschen mehr glück als verstanden wir kriegen die liga da vorne nicht hin ich habe den zu heiß gemacht scheiße ja der den oben schönen winkel gesetzt weißt du es ist kurz mich kalt an eigentlich hat was dinge locker ausdrücken müssen aber mein weil es bestimmt blockiert worden aber dass wir wenigstens gegner in unserer länge ja trotzdem ist es ärgerlich halt